Musik Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Es war ein sehr spannendes Jahr und ich freue mich, Herrn Zierholt hier dabei zu haben, der uns diese tolle Location zur Verfügung gestellt hat. Wir kommen jetzt zu unserem Business Talk und da habe ich mir Gäste geholt. Gerade unter dem Namen She's Mercedes wollen wir neue Wege gehen und gerade auch deutlich mehr Frauen ins Rampenlicht rücken. Wir sind jetzt mit unserem neuen Baby, der Bellerie, nach Frankfurt und Hamburg in die Innenstadt gezogen. Wir möchten nicht den normalen Standard und Low Budget oder irgendwas anbieten, sondern wir möchten Qualität anbieten, sodass in unserem Bereich in der Medizin oder auch in der Kosmetik ein natürliches, optimales Ergebnis erreicht wird. Wir wollen unsere Marke positionieren mit dem Standort Hanseviertel. Musik Ja, also heute Abend haben wir das Podium mit dem Standort Hanseviertel. ausgestattet mit der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion. Ganz viel Paillette darf sein, dunkelblau, jetzt in der Weihnachts- und Silvesterzeit passt das wunderbar. Wir schneidern das auch eben aufs Leib. Also wir machen das jetzt seit 15 Jahren und haben unser Atelier auch hier in Hamburg vor Ort und können somit eben auch ganz schnell mal eben ein paar Kleidungsstücke entwerfen und auch schneidern lassen. Musik Lene Lussiol, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Und du hast was gewonnen und du hast auch was gegeben. Genau. Man konnte nämlich von deiner neuen Marke Mental Coach, konnte man genau was gewinnen? Und zwar einen Gutschein, der, halt einen Coaching-Gutschein, entweder für, wenn man gewisse Probleme hat, in einer Führungsposition. Wenn man sich verbessern will. Genau. Ja, genau. Sag mal, das war ja der Knaller heute. Also ich habe ja einige Veranstaltungen schon mitbekommen, aber das hat ja heute nochmal alles übertroffen. Gesetztes Essen, drei Gänge, wahnsinnig coole Musik-Acts. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin total happy, dass wir das heute so schön über die Bühne bekommen haben. Es war verdammt viel Arbeit. Es war ein hartes Jahr. Wir haben ungefähr fünf Veranstaltungen pro Monat eine. Und ich bin stolz darauf, dass die Women Business Launch so schön wächst. Sie hat sich wahnsinnig etabliert in Hamburg, oder? Ich hoffe. Ja? Ich hoffe. Nein, also es ist schön, wie viele Marken mitmachen. Es ist schön, wie es Anklang findet und dass es immer weiter wächst. Und so viele junge, tolle Frauen dieses Event unterstützen. Und dass wir jetzt hier im Mercedes-Haus sind und Sülberg uns so ein tolles Essen gezaubert haben. Du warst der Hammer heute Abend. Dankeschön. Du hast mir eine wunderbare Moderation gezaubert. Also ich bin wirklich total happy.